Hallo und herzlich willkommen leider zu einem kleinen Info-Video. Mir ist leider gerade etwas ganz Blödes passiert. Und zwar, ich wollte eigentlich The Legend of Zelda A Link to the Past aufnehmen. So, alles schön und gut. Sagen wir mal so, ich hatte eigentlich jetzt schon den fünften Part eigentlich geplant, aber dummerweise ist mir jetzt ein großer Fehler unterlaufen, denn der Sound wurde zwar aufgenommen, aber weder mein Mikro wurde aufgenommen, noch dazu ebenfalls das Bild. Das heißt, ich darf jetzt im Prinzip alles nochmal komplett neu machen. Darf bis zu dem Punkt, also sprich bis zum Kippenpart, der zwar noch nicht hochgeladen ist, aber der schon bereit ist, darf ich jetzt praktisch bis dorthin wieder spielen. Und dann praktisch nochmal neu aufnehmen, damit das alles seine Richtigkeit hat. Klasse, na? Und das nur, weil mein Aufnahmeprogramm sich gedacht hat, wirkt mich. Ja, super. Das ist so im Moment gerade der Stand der Dinge. Ja, das heißt also, es wird sich jetzt ein bisschen alles komplett verzögern. Das heißt, ich werde jetzt auch erstmal kein Pokémon Hard Red Edition erstmal spielen, bis diese Sache geklärt ist. Ähm, denn ich sehe es ehrlich gesagt nicht ein. Tut mir leid, dass ich jetzt so ein bisschen energisch darüber bin, aber das ärgert mich jetzt gerade echt ein bisschen sehr. Ähm, wird das jetzt so sein, dass ich jetzt erstmal kein Pokémon Hard Red Edition, ähm, hochladen geschweige denn weiter, bis ich das geklärt habe mit The Legend of Zelda Link to the Pest. Ich hoffe, ich kriege das wieder so hin, wie es vorher war. Ob das alles so klappt, weiß ich nicht. Ich hoffe, ich kriege das in irgendeiner Form hin. Das alles wieder so wird, wie es war. Ähm, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aber wie gesagt, ich muss das definitiv für die T-Shirts erstmal hinbekommen. Ähm, von daher, das ist jetzt gerade echt blöd. Und daher greife ich mich ehrlich gesagt maßlos drüber. Weil eben gerade, als ich, äh, die Aufnahme gesehen habe, ich kriege ja immer eine Vorschau davon. Und, ähm, ja, als ich das eben gesehen habe, da lief noch alles tipptopp, einwandfrei. Und gerade in dem Moment, als ich das bearbeiten will, schwupps, alles weg. Der Ton ist zwar da, aber weder im Bild noch meinen, äh, mein Kommentar ist vorhanden. Und ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Ich hoffe, ich kriege das noch irgendwie gebacken. Und, äh, ja, es tut mir ehrlich gesagt leid. Das ist leider jetzt eine, ähm, eine komplette Extremplanänderung. Damit hatte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gerechnet, dass sowas passieren würde. Ähm, gut. Und ich hoffe, ihr sagt mir nicht böse, aber, äh, wie gesagt, ich muss das erstmal allein wieder hinkriegen, dass das so ist, als es vorher war. Und dann hoffe ich, kriege ich das irgendwie noch gebacken, dass das, äh, für nächste Woche irgendwie noch klappt. Und ansonsten wird das um eine Woche verschoben. Weil, anders kriege ich das sonst nicht hin. Ähm, ja. Ich hoffe trotzdem so einigermaßen, dass euch, äh, die Informationen bei euch gut angekommen sind. Wenn ja, könnt ihr mir gerne trotzdem einen Daumen davor hochgeben. Und, äh, ja, ich melde mich dann in den nächsten Tagen nochmal mit einem Infovideo. Und dann werde ich euch berichten, ob es, ob ich das wieder so hinkriege wie vorher. Ansonsten muss ich gucken. Nun gut, ich kann daraufhin nur noch sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Und natürlich eventuell abonniere nicht vergessen. Und wir sehen uns dann die nächsten Tage wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer The Life Force.